Homeoffice funktioniert nur, wenn Mitarbeiter medienbruchfrei und sicher mobil arbeiten können. Vollständig digital ist ein Workflow, wenn selbst die Unterschrift rechtskonform elektronisch möglich ist. Außerdem stellt das Arbeiten aus dem Homeoffice hohe Anforderungen an die IT-Sicherheit. Mitarbeiter müssen sicher von zu Hause aus das Unternehmens- oder Behördennetzwerk zugreifen können. Das funktioniert über sichere VPN-Verbindung, die beispielsweise Ransomware-Angriffen vorbeugen. Damit ein sicherer E-Mail-Verkehr und Datenaustausch gewährleistet ist und interner nicht an die Öffentlichkeit gelang, braucht es zudem eine starke Verschlüsselung der E-Mail-Kommunikation. Denn die größte Schwachstelle in der IT-Infrastruktur, damit Einfallstor für Datendiebstahl sowie Spionage, sind E-Mails. Spionage, 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 Sp